Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Homebrew Vorstellung. Heute geht es um Factcrow und wie man wahrscheinlich schon sehen kann, werden bei der Homebrew Anwendung hauptsächlich einfach nur irgendwelche Fakten auf dem oberen Bildschirm angezeigt, die eigentlich vollkommen unnötig sind und die man nicht wissen muss. Aber jetzt weiß man sie eben trotzdem. Dazu gibt es übrigens auch eine Website, factcrow.com oder so, den Link dazu benutzt du auch in der Beschreibung und eben auch den Link zu der Homebrew App. Und dann kann man sich halt die ganzen sündlosen Fakten angucken. Zum Beispiel, es gibt keine Flucht oder keinen Ausweg. Das ist halt alles bestimmt irgendwas echtes. Oder jedes Spot, das du nimmst, bringt dich deinen Tod näher. Stimmt ja auch, denn irgendwann wirst du sterben und je mehr Bäder du nimmst, desto weniger Bäder kommen vor dein Tod. Teilweise sind die Fakten auch ein bisschen zu lang, um sie zu lesen. Und leider hat die Anwendung nicht mehr als diese einfache Faktenanzeige. Du bist keine Ausnahme. Ist auch ganz gut zu wissen. Oder es ist auch ganz gut, sich das immer mal wieder ins Gehirn zu rufen. Aber das ist es noch mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, allerdings findest du in der Beschreibung und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.